Das würde ich jetzt gerne mal ausprobieren. Einmal nur aus Prinzip. Was denn? Nicht jetzt, weil es halt geht, hier wieder was hinsetzen. Ey! Der ist fast wieder dort. Digger, da musst du mir nochmal helfen hier. Wieso? Bei was? Na, um hier hochzukommen nochmal. Wieso bist du da runtergefallen? Mann, ich bin runtergefallen, ist doch egal. Was kannst du eigentlich? Ein! Na ja, was kannst du eigentlich? Da, da, da! Nie, habe ich gerade gesehen. Bück dich! Du sollst dich pücken, habe ich gesagt. Erster! Wie, erster? Ey, bist du ein Arsch? Hä? Ich bin einfach nur die ganze Zeit auf deinen Rücken gesprungen. Irgendwann war ich obendrauf. Aber ich war nur unter dieser eine Palme, oder? Ja, oder zwei Palme, äh, zwei Palme, glaube ich. Oh, Mangobaum. Ohne Mangus. Ey, wo hast du denn du die Kiste in die Packung mit dem Samen? Ach da. Alles klar. Ich hör dich da unten nur naschen. Hehehe. Ja, so kennt man mich. So, ist hier noch irgendwas? Ist da irgendwas ganz geheimnisvolles? Nein, natürlich nicht. Komm mal von der einen Seite auf die nächste? Ja, das klappt. So, ich komme! Hi! So, mehr haben wir ja hier nicht. Oder? Da hat schon wieder jemand das Wasser nicht ganz aufgefüllt. Oh, dieses Misty. Was denn? Oh, es ist tot! Was? Der Vogel? Ja. Ja. Wurdest du ein bisschen? Ja. Der Vogel kann schon ein Arsch sein. Mhm, ist voll der Arsch. Hä? Äh? Braucht Wasser? Ja. Ich will's. Ach, jetzt hat's geklappt. So, wir sind jetzt so. So, so weit, so weit, so weit. Ach, da geht noch nichts. Das stört mich aber. So. Ich hab wieder zwei Geflügelschenkel, Kollege. Oh, ich hab Hunger. Aber irgendwo was zu essen? Mhm. Mit einer Kiste müsste alles voll sein. Weiß es nicht. Oh, ja. Keil. Jetzt wird das abgefressen, ey. War richtig fett. Warte mal, ich esse erstmal das frische Zeug. Hier wieder eine Mango. Ein bisschen Abwechslung hier zum ganzen Haif, oder? So, und dann darf man noch ein, und weil's halt fehlt, isst man noch mal eine rohe Kartoffel. Knusper, knusper, knusper. So, 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 so. Wir packen eigentlich schon wieder die Palmblätter hier rein. Und die Steine können wir eigentlich auch zum Material rüberpacken. Ja, lass mich mal hier drin. Und das Zeug da auch. Da hinten ist die andere Kiste. Sag mal, Ordnung ist nicht so dein Ding, ne? Tja, kennst du noch. Ach, Mann. So, und die Suppe gehört hier auch nicht drin. Ach, Mann. Freund. Na, wo machst du jetzt was rein? Nein. Hier würde ich jetzt sagen, packen wir nur so Holzplanken und alles andere so rein, weißt? Du könntest. Du könntest mir folgen. Nein, kann ich nicht. Auf Twitter und Co. So, macht jetzt grad wenig Sinn, wie ich das glaub... Ach, diese Ratte, die ist schon wieder da. Weißt du? Ja, weil du ihn geärgert hast. Ja, weil du ihn geärgert hast. Wieder eine mitgegeben. Und während wir hier schwer so am Sortieren sind... Anker lichten. Siegel öffnen. Und drehen. Voll auf Kurs gehen. So, für die Flasche brauche ich jetzt aber nochmal... Kunststoff 6x und 2x und dann so einen Blubbersaft. Okay. So. Aber jetzt kriegen wir plötzlich auch immer wieder Palmensamen, ne? Sonst hat man eine Zeit lang Peine gekriegt. Wenn wir die Palme abgebaut haben, dann haben wir plötzlich alle die Samen. Aha. Voll scheiße. Wie gesagt, ja so wie das ist, das hat der Typ einkassiert. Richtig, richtig mies. Mies, Bruder, mies. Da hinten ist noch so ein Dingsbums. So eine, so eine... Na, wie heißt das dann? Ja, so ein Festungsdingster. So ein Festungsdingster. Einmal ran da. Der will sich das Ding holen. Ja, meins, meins, meins. Meins, meins, meins. Es ist halt hier ja dunkel. Was soll denn das? Ich mach's ja eben mit dem Bums. Ach, meine. So, Radieschen haben wir erstmal acht Stück. Elf Kartoffeln, siebenmal Fisch. Ich bräuchte jetzt nochmal eine Angel, wa? Eine Angel wäre ohne schlecht, oder? Nochmal. Ja. Ich bräuchte einen Bolzen und Seil. Och, dieses Arsch. Da oben ist jemand wieder. Dieses Arschloch. Hast du dir das geholt hier von dem Platz? Ja. Und da... Ach, Mann. Kann ich dir nicht mal Ruhe da geben? Drecksaudi. Oh, ey, ernsthaft? Ey, der... Da hängt er schon wieder da oben. Ach. Och, ich treff das Ding nicht mehr. Ähm, einen Metallbarren bräuchte ich. Ja. Als ob wir jetzt mittlerweile echt keine Metalle mehr haben. Äh, sind wir überhaupt geschwommen? Nein. Ich war... Wir haben vergessen auf den Boden zu gucken, oder? Ich war unten. Du warst unten? Ja. Wann hast du denn das gemacht? Ohne mich? Und du hast schon wieder das Wasser nicht nachgefüllt. Ich habe gar kein Wasser aufgefüllt. Ey, gar kein Wasser genommen. Nein. Du Pfeifer. Das ist aber... Ich kriege noch nicht mal eine halbe Flasche voll. Was ist los? Ja, weil du so viel seufst. Ne, ne. Ich ernähre mich hier nur vom Mangos. Uh, ein Fass. Ey, sag mal... Das ist richtig nice, oder? Kommt da so ein kleines... Kleiner Junge da an und... Der Big Boss kommt da an, Digga. Klaut mir das einfach. Geht ja gar nicht. Dem ist nicht mehr zu helfen, dem Kollegen. Äh... Hier fehlte da noch irgendwo eine Plattform, oder? Hier war doch was. Nein, nicht so ein Ding. So ein Ding. Zack. Und... Man hier auch nochmal lang geht. Ich bin mir nicht sicher. Kannst du hier noch was ran bauen? Vom... Dings... Also... Links und rechts so... Also hier... Da... Weißt du, wie ich meine? Ich hab keinen... Plastik. Boah, jetzt kommt ja wieder was. Okay. Ach, Digga, echt jetzt? Ja, Digga. Äh... Also wenn du eh mal unter Wasser bist, ist es aber auch schwer hier rauszukommen wieder, ja? Ist ja echt ein... Krasse Ding, ja. So... So... Dings fertig, Blubbersaft. Jo... Es ist schon wieder dunkel, ne? Blubbersaft. Hier müsste noch ein Netz rennen, ne? Ja... Netze sind teuer. Ja, ich weiß. So, wo war das mit dem Netz? Äh... Ich glaube hier. So... Na super, ich kann nicht mal ein Netz mehr hinbauen. Was ist denn das für eine Scheiße? Warte, gib dir das Netz, bau das mal da hin. Ey, das ist nicht normal, Digga. Ja, deswegen sag ich ja einmal raus und wieder rein. Okay, dann geh ich mal kurz raus und rein. Weil das ist ja nicht korrekt. Das ist nicht korrekt, sag ich dir doch. So nicht. Weil das war vorher auch nicht so. Kann ja nicht sein, dass nur du irgendwo was ranbauen kannst. Ja. Aber hast du das ganze Spiel jetzt geschlossen, oder was? Jo... Na, wenn denn richtig, oder? Oh, Mann. Wenn denn richtig, Leute. Heute ist nicht so viel los, ne? Wie geht denn sowas? Ist bei dir was los auf YouTube? Oder... Wie geht denn sowas? Was denn los? Ratte, ey. Was denn? Ja, da unten sitzt eins im Nest. Ja? Und das nächste Vieh knabbert hier oben direkt während der... Okay, dann müssen wir das eine kaputt machen. Ne, warum? Der eine da unten ist ja und da kommt dann noch einer. Das ist doch mies. Ja, ich meine, den eh töten. Warum? Lass ihn so. Ist er sie verpisst? Was hast du denn da für ne Schräge gebaut? Die bleibt. Okay. Ja, wenn du sagst, Boss... Du bist ein bisschen abgeknickt. Nein, 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 nein. Was denn? Oh, scheiße. Hilfe? Ja, das ist echt so, wenn du einmal drinnen bist... Ja. Dann kommst du da nicht mehr raus. Hab mal ein Problem. Oh, lecker. Hast du denn noch ne Mango, oder sowas? Ich hab noch ne Mango. Vier Stück, bitteschön. Oh. Och, Digga, ey. Es ist tot. Ja, geil. Tot. Sehr schön. Tot. Tot. Dreckstvieh, ey. Ey, unser Boot! Scheiße. Wir sind auf jeden Fall richtig schlau. Na, gut. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Ne, jetzt kommt der Hai. Och, wir sind da. Äh. Was ist denn das? Och, so. Warte mal, ich möchte jetzt einfach mal aus Prinzip. Ja. Aufnahme beenden, den Stream laufen lassen. Mhm. Dann möchte ich nämlich noch ein paar FPS mehr jetzt machen. Das merke ich jetzt so nach eine Stunde 40. Weil ich mir das ja sowieso ziehe, dann brauch ich mir das hier nicht holen. Oh, geil. Was denn? War richtig schön abgesahnt. Hätten wir noch falsch verstehen können. Hier sind Mangos. Achso, hier sind Mangos, ja. Wo? Hier. Hier. Na. Ach, Mist. Mein Inventar ist voll. Na egal. Inventar ist schon wieder voll. Ich meine, das ist immer voll. Das ist voll belastend. Na, das glaube ich dir. Ist auch sehr wenig das Inventar, muss man auch mal ehrlich jetzt sagen, ja. Baust du jetzt alles zu hier, oder was? Och. Ja, der scheiß Vogel. Ich bin schon auf dem Weg. Du Drexer. Alter ist tot. Der ist da im Wasser. Ach, scheiße. Warte, guck mal. Kann man das viel angeln? Ach was. Ich habe schon eins getötet gehabt, das ist auch im Wasser gelandet. Sechs Federn und zwei Keulen. Sechs Keulen und voll. Achso, siehst du? Jetzt kann ich es noch probieren, ob ich da was zubauen kann. Okay, jetzt geht es wieder, Digga. Achja. Einmal neu starten, dann läuft der Bums wieder. Das ist aber auch nicht normal, oder? Ne, nicht wirklich. Okay, hier müsste... Wenn da das ist, dann müsste du dort eins hin. Okay. Oh, so viel Material! Das gefällt, Marc. Okay. Oh. So. Habe ich ein Problem? Ich weiß es nicht. Könnte sein. Nein! Jetzt habe ich ein Problem. Jetzt habe ich ein Problem. Loll. Im Wasser gewesen. War schon wieder pitschen nass. Ich bin schon wieder richtig feucht geworden. Äh, was? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Wir brauchen unbedingt wieder... Das ist das Vogelnest abgebaut. Ja, weil ich da was hin machen will. Deswegen. Das ist doch endlich mal eingesehen. Ja. Äh. Aber das ist wieder so stürmisch. Da oben muss das auf jeden Fall sein. Wir brauchen auf alle Fälle... Ähm... Nochmal... Was denn? Ach... Ähm... Wir brauchen auf alle Fälle nochmal eine Insel wegen Metall, ne? Mhm. Wollte sagen, oben die Bäume. Hast du da wieder was hin gemacht? Äh... Wo ich sage, hier... Der Kackvogel kommt wieder. Schon wieder einen mitgegeben. Ja, der ist... Die wachsen auf jeden Fall. Ich ernte hier mal wieder die... Rote Bäde. Ein Bolzen und ein Glas. Irgendwas wollte ich eigentlich machen. Genau. Ich wollte... Hier so ein... So ein... Zwei... Kisten hinsetzen. Aber man merkt... Jetzt haben wir zwar zwei Kisten... Ja, aber irgendwie... Äh... Sind die jetzt auch voll? Ja. Das ist ein Problem. Und dieses Problem... Das müssen wir lösen. Das müssen wir beseitigen. Okay, jetzt müssen wir alles im Griff. Wir brauchen noch mal ne Insel. Ich könnte ja mal mit meinem Fernglas gucken. Digga. Ob oben wo ne Insel ist. Ja? Ja. So, da ist erst mal... Hier geradeaus... Wo ist ne Insel? Wo? Bei mir. Also da hinten ist erst mal so ein Teil. Ist egal. Wir gehen zur Insel. Ach, da. Okay. So viel Zeug. Ich hab echt Probleme. Ernste. Ich sollte... mir Hilfe holen. Steuerst du jetzt auf die Insel zu? Was? Wir steuern dran vorbei. Na, deine Attacke. Äh. Ja. Auf, auf. Aber Hauptsache. Wir steuern schon wieder auf die Insel zu. Und hier ist einfach wieder... keine Fläche von uns. Wo wir... rüberjumpen. So viel Zeug. Gehst du schon mal wieder zum Anker? Ja, ja. Warte. Ich muss nur sagen wann. Ja, ein Stück haben wir noch. Glück ist noch. Boah. Ist aber ganz schön... See, wa? Ja. Mein lieber Freund. Dreh-Tour-Schauer auf Twitch. Herzlich willkommen. Bei YouTube ist heute nicht so doll was los. Weiß ich auch nicht, ob alle schlafen schon. Bei mir ist auch tote Hose. Äh, warum ist das ein Seil? Wie Seil? Diese... Diese Dinger hier, diese... Ne? Weißt du Bescheid? Ich krieg mal den Bums hier wieder irgendwie gedreht. Oh, gedreht. 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 Äh... Irgendwie. Passiert da was? Geht das? Ja, es dreht sich. Es dreht sich ein bisschen, ja. Aber nicht... Ein Stück. Nicht so doll, ne? Dreh dich. Komm, ein bisschen noch. Eigentlich... Ah, gut. Okay. Schade. Vielleicht kann ich noch ein bisschen weiter... Wenn der Anker draußen ist, kann man es nicht mehr drehen, ne? Wow. Hä? Hallo? Ich bin eigentlich nur... Äh, hallo? Egal. Hol den Anker rein. Hab ich. Müssen wir uns halt hier wieder so einen Weg rüber bauen. Ich hab ihn jetzt erstmal gelichtet. Ich hab ihn schon draußen. Äh, dann mach ich auch... Kollege, äh... Ach, jetzt fährt er auf der anderen Seite. Versuch mal so rum zu... Vielleicht driftet er ja noch rum. Nee, tut er nicht. Scheiße. Das schafft er nicht. Okay. Na, ich hau jetzt erstmal den Anker raus. So. Ja, auf jeden Fall. Hast du? Ja. So, vielleicht können wir ja... Kommt hier jetzt aber auch ne Schräge hoch. Genau. Wollte ich nämlich auch gerade machen. So. 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 Und rüber. Melone. Ich weiß, ich hab keinen Platz für Melonen. Boah, meinst ist auch voll. Ich muss auch kurz mal... Dieses scheiß Fischkopfrezept, Alter. Kotz mich an. Einmal ne Kiste voll. Ach, Digga. Man macht dieses scheiß Glas nicht dahin, wo ich das hinpacken muss. Oh, meinst du mal. Oh, ich habe hier nicht... Ähm, ich bin, ich bin da. Oh, meinst du mal. Oh, meinst du schon mal? Oh, meinst du hast, über das Mal! Oh, meinst du mal. Oh, meinst du mal. Vielen Dank.